Das ist auch eine feine Möglichkeit, Sie schlüpfen in andere Rollen, das macht Spaß und diese Traumgeschichten schreiben Sie ja von selbst. Ich träume ja jede Nacht. Sie nicht? Doch, ich schon. Ich erzähle ja auch jeden Abend was anderes. Ja, nächstes Mal werde ich erzählen, wie ich geträumt haben werde. Futur 2 wird unterschätzt. Wie ich geträumt haben werde, wie mich die Altershomosexualität erreicht. Das wird auch schön. Schade, dass Sie nicht dabei sind. Gut, kommen wir zu einem Thema, ohne dass Sie auch nicht auskommen, Sex. Dafür hat der Mensch eine genetisch bedingte Prädisposition, vor allem der kreative Mensch, die ersten Höhlenmalereien, Mannschweinkram. Die Werbung sagt es ja. Sex Cells erinnern sich noch an diesen süßen Rundfunkspot für Mediamarkt von Bulli Herbig. Magst du noch auf den Cappuccino mit drauf kommen? Nee, aber vielleicht können wir ja ein bisschen poppen. Manchmal ist mehr drin, als man denkt. Mediamarkt. Ich meine, Schriftsteller schreiben drüber, Filmemacher machen Filme drüber, Fotografen fotografieren's, Bildhauer hauen's. Nur der Komiker soll sich dafür entschuldigen? Das ist doch lächerlich. Also ist nicht die Frage, ob wir über Sex reden, sondern wie. Und da gibt es nur eine Regel. Nicht ankündigen. Nie vorher sagen, Oh, Obacht, gleich wird's früh wohl. Sorry, Pipi, Mann. Falsch. Damit geben sie dem Bildungsbürgertum Zeit und Gelegenheit, Vorbehalte zu entwickeln. Und dann heißt es, komm Hermio, wir gehen gleich, wird die Potsau genitalreferenziell. Ich wollte ja gleich in die Vernissage. Also ganz unverfänglich plaudern über irgendein Thema und dann paff, aus dem Hinterhalt. Ich zeige Ihnen das. Vor einigen Monaten, Sie erinnern sich, Spiegeltitel, ärztliche Kunstfehler entstehen, woraus? Aus dem Zeitmangel der Ärzte. Sie nehmen sich nicht genug Zeit für den Patienten, kann ich bestätigen. Ich hatte jetzt meine jährliche Hafenrundfahrt. Für proktologische Laien. Hafenrundfahrt ist Urologenslang und bedeutet digitale Prostata-Früherkennungsuntersuchung. Digital heißt in diesem Zusammenhang mit dem Finger. Von Lateinisch digitus, der Finger. Möchte diesem Vorgang jetzt keinen unnötigen emotionalen Mehrwert abpressen, aber es ist ein intimer Vorgang. Arzt und Patient sind sich einen Moment lang sehr nahe. Und dafür fand ich den Arzt irgendwie sehr unbeteiligt. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich verlange kein Küsschen hinterher. Aber ein liebes Wort darf man doch wohl erwarten. So etwas wie Hut ab, mein Lieber. Für mich sind Sie bisher Rektum des Monats. Aber ich will hier keine Arzt-Schelte betreiben. Ich verdanke einem Arzt eine Erkenntnis, die offensichtlich alle anderen Männer vor mir hatten. Lassen Sie uns über Felatio sprechen. Das ist die Variante des Oralverkehrs, bei der der Mann der Begünstigte ist. Ich könnte auch Blowjob sagen, aber das unterstreicht mir zu sehr den Dienstleistungscharakter. Ich präferiere den lateinischen Terminus Felatio. Dankeschön. Erste Reihe. Ich bin kein Felatio-Fan, das sage ich Ihnen gleich. Aus Sicherheitserwägungen heraus. Man liefert sich der Frau doch ein ganzes Stück weit aus. Und was ist, wenn die Stimmung umschlägt? Das geht doch ganz schnell, da reicht ja manchmal ein unbedachtes Wort. Dann schlaft mal nicht einer unten. Aber selbst wenn sie blendender Laune ist, bleibt es gefährlich. Denken Sie an Erkältungskrankheiten. Ja, haben Sie sich mal die Zahnstellung beim Niesen vor Augen geführt? Nicht mit mir. Aber viele Männer sind ja ganz wild drauf. Und ich wusste immer nicht warum. Jetzt weiß ich es. Und zwar kam es so. Ich werde morgens wach und denke, halb ist Klam abgebrochen. Mein Zahnarzt angerufen, sagt, doch, bereiten Sie eine Not-OP vor. Ich habe Blutgruppe 0 negativ wegen der Blutkonserven. Er sagt, da komm erst mal vorbei. Guckt da rein und sagt, ach. Da ist ein winziges Stückchen abgebrochen. Man sieht es kaum. Aber die Reaktion ist verständlich. Denn, jetzt kommt es. Die menschliche Zunge empfindet jeden Fremdkörper im eigenen Mund als neunmal so groß, wie er in Wirklichkeit ist. Sie haben es auch die ganze Zeit gewusst. Schön, dass Sie nichts verraten.